Zurück aus dem Urlaub. Erstmal Auto waschen. Ihr kennt das ja. Millionen Fliegen drauf. Ich war in Garmisch-Partenkirchen und bin jetzt zurückgebügelt über die Autobahn. Von Garmisch losgefahren aus der Tiefgarage bis nach Kiel. Acht Stunden, drei Minuten oder sowas war das. Das sind irgendwie 894 Kilometer. Absoluter Geheimtipp. Ich fahre jetzt immer über Leipzig. Kein Auto da. Die ganze Zeit irgendwie nur 260, 268 ist der Tacho Maximum. Supergeil. Dabei zieht er sich aber echt unendlich viel Sprit rein. Also ich bin irgendwie mit 10 Kilometer Restreichweite zurückgekommen. 58 Liter hat so ein S5 Cabrio als Tank. Ich habe 55,9 Liter nachgetankt. Das ist so mein Style. Also nicht 56 Liter, sondern 55,99. Viel weiter wäre ich nicht gekommen. Aber ich bin leicht. Wäre Bock auf ein Beschleunigungsrennen. Mit so wenig Restsprit ist das Auto richtig geil aktiv. Als ich zum Waschen gefahren bin, dachte ich so, wow, hast du ein neues Auto? Hast du mehr Leistung?